Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Samtex Wookie und ich spiele Forza Horizon 2. Das ist eine Fahrspaßliste, Schwierigkeitsstufe schwer. Das ist mit Selberschalten, Kuppeln und Traktionskontrolle, Stabilität, alles aus. Und man muss die vorgegebene Geschwindigkeit schlagen. Das sind hier 282 kmh und das ist eine der schwierigen bei Horizon 2, weil einmal anecken oder die Kurven nicht gescheit nehmen und dann ist es eigentlich vorbei. Ich habe auch einige Anläufe gebraucht und besser gesagt der Taktplus Wookie hat einige Anläufe gebraucht. Aber es ist zum Schaffen, also man sieht schon. Und ja, das war es schon. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, euer Wookie.